Also wenn er beleidigt, ja, geht noch, wir beleidigen zurück, ja, aber solche Sätze schreiben, ja, und das war ja, ich hab nachgeschaut, das war ja. Ja, da werde ich jetzt, da mache ich gerade, da mache ich gerade ein Video zu, und dann werde ich den Kanallink anklicken, damit jeder sieht, dass er das war. Paul, du bist leider nicht schnell genug, um diesen Kanal hier zu löschen. Video mache ich. Auch mit deinen Videos, die du da gerade drauf hast, gegen, gegen, knackig, zwei Stück, und dann das alles Gute, Paul. Playlist, sagst du keine, Kanäle, Kanal, Info. Damit jeder sieht, wann der erstellt worden ist. Akenhaft. Das Ding hatte ich jetzt komplett weggeschossen. Das kann ich hier so garantieren. Das kann ich hier so garantieren. Das kann ich hier so garantieren.